So, ich müsste eigentlich über euer Teil ist leer, das ist Togoro, genau. So. So, 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 so. So, ich sehe gerade, wir sind schon wieder im neuen Video. Siehst du jetzt schon das siebente, oder? Zwei, vier, sechs. Ne, achte. Das achte Video ist das jetzt schon. Mensch. Ich bin drüber schon dreieinhalb Stunden live. Oh, sind ja voll. So, ich müsste jetzt zu. Ne, geht noch rein. Oder? Ne, sind ja bei 600 oder was dann. Ne, geht nicht mehr. Gut, dann holen wir jetzt das Glas mit der Silage. Ne? Wie geht denn da eigentlich rein? Oh, da geht noch ein bisschen rein. Zwölf, da muss ich da jetzt fahren. Eie, das dauert noch ein bisschen. Da hat man ja schon mal was eingefroren, dass das die machen kann. Die zwei, die eh dafür da sind. Das hat das doch eigentlich eingefroren. Ich fahre mal gucken. Ich fahre mal gucken. Gleich können wir das in Hilfe machen lassen. Oh, steht alles schön. Ach stimmt. Ich habe ja das für die Bahn, was hier extrem viel Wasser ins Womögen hat. Stimmt. Genau. Und dann können wir mit dem dann gleich zurückfahren. So hin. So, dann gucken wir doch mal. Guck mal an hier das Ding. Bisschen Licht. Hätte ich auch gerne. Also sechs mal. Jeder. Der hat mich fünfmal. Der hat mich schon eh mal drin. Stimmt, der hat mich schon eh mal drin. Also fährt er bis noch fünfmal. So, jetzt gibst du mir mal den anderen noch. Der kann sechsmal fahren. Bisschen. V-Sieler, Vordergrund, Beladen. Silage. Bga. gut sechs mal bitte gut dann können wir in unserem Mann, wo ich gesehen habe, hier liegt irgendwo noch Eckewicht drum mal schnell wegräumen dass das Kinn stört hier so, liegt es gut hättest du hier nie abbiegen können ähm, ne, hätte er nicht gekonnt ok, dann sage ich nicht dann werde ich das mal nachträglich ändern so, jetzt kannst du, könnt ihr auch von dort was wir werden noch einen Hänger Zuckerriebe und Schnitzel reinschmeißen also, das was noch reingeht und den Rest nehmen wir mit machen den dann nochmal voll in dem kleinen Einhänger mit runter ins Lager ist denn der andere hingefahren? ich weiß es nicht was der für eine Runde fährt er fährt wieder hier eine übelste Ehrenrunde jetzt kommt er an hinter mir unglaublich und der wieder gewendet hat kinniskomst und der dritte dann schweig es wird so, jetzt ist er das ist das ist das ist es ich weiß es es ich weiß es 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 Achso, die haben ja den 100.000 Liter Anhänger, oder? Jetzt gibt die noch rein, ihre Anhänger. Okay, dann habe ich die so eingestellt. Das war's. Zugerüben Schnitzel sind voll. Nehmen wir gleich noch einen Anhänger mit entfallen. Da ist ja wieder genug Platz drin. Dann müsst ihr eigentlich mal einer Zugerüben hier hochfahren. Was ist gut? Was ist gut? Nein, 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 nein. Das kommt wieder aufgeschrieben. Gut, dann rein. So, dann. Hinten. 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 Ist die Position gerade mit aufgeschrieben? Sieht nicht so aus. Zettelkönig. Oh. Ich hab' die Zettel gar nicht mit aufgeschrieben. Die Zugerüben. Hinten. 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 Heiserer, Slow Shots, Mein Samen. Kartoffeln. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Weizen. 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 Denkel. Weizen. Weizen. Karpfen. Andreas Kerlalz. Hinten. childs全部. Sonnenblumen, 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 so ja, nein, ich glaube, Zuckerrüben habe ich gar nicht mit aufgeschrieben. Okay, na dann ist es sicher, in meiner Herrschung. Dann, das beim nächsten Mal testen, oder nächsten Ende. Gut, fahren wir uns jetzt erstmal heim. Fahren die mit der Selausche rum? Fahren die mit der Selausche rum? Könnt ihr mir das mal verraten? Fahren die ihn rum? Wo sind denn die? ? Hä? Was ist denn hier? Was wollten wir hier unten? An der? So, da fällt er. Wir gehen erneu. Dort bitte hin. Ach, die haben Dings drinne. Die haben bestimmt hier. Portierend. Keine. Und da ist die Sonne immer noch. Ich gehe erneu. Wer ist denn du jetzt wieder hin? Wo wäre es denn jetzt wieder hier rein? Wo fahrt denn jetzt wieder alle bitte hier rein? Boah. Macht denn ihr. Wo bleibst du jetzt stehen? Der andere ist weg. Ach, nicht. Da fahrt du hin. Jetzt fahren wir alle bitte nicht mehr. Wo stehen denn jetzt alle bitte? Ich gehe auch noch nicht an die Burschiff. Könnt ihr zu? Bitte, dort hin fahren. warum stehst du jetzt hier ja nur ein lieferung schicken keine andere seiten Achso. Was ist denn mein LKW? Ja so. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt hier, was gehen wir? Oh, das ist doch so richtig. So, du fährst... Ich will jetzt gucken, wie die anderen jetzt sind. Oh, perfekt bist du. Kieswerk hat man, Klavierwerk hat man. Komposter, wo du sagst? Was ist der jetzt? Dann fährst du zum Komposter. Du fährst... Du fährst... Zu... Tour... Marmeladenfabrik. Du fährst auf jeden Fall auffüllen vorher. Komposter... Komposterei... Kannst du erst mal erfüllen fahren. Passt so gut wie nicht mehr drinne. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt mal noch... Ach, das mit dem Sand irgendwie. Irgendwo mit Sand hier. Genau. Das bildet schon. Genau. Ja. Wo sind wir hier? Ne. Let's move. 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 Was hat denn da drinne? Stehne. Verlöger Kapazität. Good. Olieplatz. Bes Sache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020